Hi und herzlich willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video demonstriere ich Live Canvas, das etwas andere Bildertool. Es ist wirklich ganz anders wie die Konkurrenz. Es versucht nicht etwa ein, ich würde mal sagen, super komfortables What-You-See-Is-What-You-Get-Erlebnis zu bieten. Es fühlt sich eher an, wie man hier auch sehen kann in dieser Animation, wie ein Tool, das funktioniert wie ein Editor im Browser, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, es setzt voraus, dass du dich mit HTML und CSS wenigstens ein bisschen auskennst, Grundlagenkenntnis mitbringst. Und dann wird es auch möglich sein, mit diesem Editor besonders flinke und schlanke Sites zu produzieren. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert von diesem Tool. Das ist auch ganz klar hier die Aussage, Engineered for Performance. Dieser Bilder basiert auf dem Bootstrap-Framework und integriert sich in WordPress auf eine Art und Weise, die man sonst nicht sieht. Also das ist das einzige Tool, was sich auf diese Art und Weise integriert, was ich bis jetzt gesehen habe. Das werden wir uns alles anschauen. Jetzt erst mal das Versprechen hier. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das Tool darauf basiert, dass man zwischendurch auch im HTML-Code optimiert und seine Vorstellungen umsetzt. Es gibt begeisterte Kunden, das ist natürlich immer ganz gut. Und es gibt passend zu Live Canvas das PicoStrap Starter-Theme, was man nach Kauf und Installation auch direkt installieren sollte. Besonders das Responsive Layout lässt sich sehr leicht umsetzen. Und hier sehen wir die Hauptfeatures. Super leicht und schnell. Und das hier finde ich ein bisschen witzig. Get rid of Handcuffs. Live Canvas tritt an, dich von der Tyrannei der bestehenden Page und Site-Bilder zu befreien. Du arbeitest zu 100% im Frontend und jeder Bearbeitungsschritt wird in der Historie gespeichert und du kannst blitzschnell dazwischen hin und her schalten. Mittels Shortcodes kannst du sich wiederholende Elemente mehrfach verwenden oder als Grundlage definieren, um sie dann abzuändern. Deine eigenen Blöcke erstellen, Animation, Anwendung an Unsplash, auch Undraw. Das werden wir uns alles genauestens angucken. Und der Preis ist auch recht attraktiv. 39 Dollar pro Jahr für unbegrenzte Websites. Das ist aktuell im Angebot. Aber selbst zum Normalpreis ist es immer noch sehr gut bezahlbar. Es gibt eine Money-Back-Garantie. Und das hier unten, das fand ich besonders witzig. Dieses Manifesto, wenn wir uns das mal angucken, das ist cool gemacht. Das ist eine Meinungsschrift zu dem Problem, dass die Page-Bilder, die bisher auf dem Markt sind, allesamt anscheinend kacke sind. Die Lösung dafür sei Live-Canvas ein purer HTML-Page-Bilder. Das ist ganz schön hochgegriffen oder tief geschlagen, je nachdem wie man das sieht. Und deswegen werden wir in diesem Video der Sache wirklich auf den Grund gehen und überprüfen, ob Live-Canvas wirklich so gut ist. Nach der Installation, die ich jetzt nicht extra erkläre, weil wenn du dich schon mit HTML und CSS auseinandersetzt, kennst du wahrscheinlich auch WordPress und kannst Plugins und Themes selbst installieren. Die zip-Datei bekommt man nach der Lizenzierung und ich aktiviere erst mal diese drei Optionen hier. Gutenberg-Blocks möchte ich eventuell verwenden. Header und Footer auch. Bootstrap 5 würde ich normalerweise auch aktivieren, aber das ist anscheinend schon in PicoStrap 5 drin. Und PicoStrap habe ich unter Themes auch bereits installiert. Sowohl das Theme selbst als auch das Child-Theme, was ich dann aktiviert habe, für den Fall, dass ich etwas ändern möchte. So würde bei einem Update von PicoStrap, ja würden meine Änderungen nicht überschrieben werden, die ich hier bei dem Child-Theme gemacht habe. Gibt auch dann einen eigenen Menüpunkt, PicoStrap Theme. Und das Besondere hier ist, weil es ja HTML und SASS, also SASS basiert ist, das ist eine Ersatzsprache für CSS, die quasi cross-compiled wird. Ist ein bisschen leichter zu lesen, hat Variablen und einige andere nützliche Sachen aus Programmierersicht. Und das Coole ist jetzt, wenn ich hier auf Customize Your Site klicke, dann sehe ich hier mein PicoStrap Layout und die ganzen Optionen, die ich habe, zum Beispiel Futter. Da habe ich nur diese eine Option, kann ja auch zurückgehen. Aber was bei Typografie zum Beispiel geändert werden kann, wenn ich hier etwas einstelle, wählen wir einfach mal eins aus. Und ich klicke jetzt hier mal auf Veröffentlichen. Dann wird tatsächlich das CSS-Bundle im Hintergrund neu erstellt. Hier werden also keine Einstellungen in der Datenbank geändert, sondern der Development-Prozess, der normalerweise stattfindet, wenn ich eine Site von Hand code. Das heißt, ich habe meine CSS-Dateien, meinen SASS-Compiler, mache meine Anpassung und rufe dann auf der Kommandozeile den SASS-Compiler auf, sodass meine Seite kompiliert wird. Das macht Live Canvas hier für mich automatisch, wenn ich auf Veröffentlichen klicke. Und das ist schon mal so total anders, wie andere Themes funktionieren. Denn die speichern ihre Optionen in der Datenbank, die dann bei jedem Aufruf einer Seite oder eines Beitrags aus der Datenbank gelesen werden. Vielleicht werden sie auch zwischengespeichert, aber im Prinzip werden sie aus der Datenbank gelesen und dann an den richtigen Stellen im HTML und CSS platziert, vor dem Rendern. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, wenn ich meine erstellte Site aus WordPress rauslösen möchte, weil angenommen, ich habe nur Live Canvas und PicoPress verwendet, dann kann ich das tatsächlich machen. Ich kann es einfach aus WordPress rausholen, WordPress löschen und eine statische HTML-Seite abspeichern. Und diese Site sieht genauso aus, als würde ich kein WordPress verwenden. Nee, anders. Sie sieht so aus, als liefe eigentlich noch WordPress im Hintergrund, tut es aber nicht. Naja, und dieser Hersteller sagt halt, das sei die neue Zukunft. Und ja, mal schauen, wie gut sich das anfühlt, tatsächlich so zu arbeiten. Bevor wir hier aber weitermachen, möchte ich dennoch erst mal zurück auf Live Canvas gehen. Gibt übrigens ein cooles Tutorial, auch auf Englisch, das wenigstens die meisten Funktionen anreißt, aber noch nicht wirklich praktisch umsetzt. Das ist ja das, was wir hier machen werden. Die große Frage ist nämlich, wird Live Canvas und Pico's Chap dazu in der Lage sein, naja, unsere Skate-Docs-Website wenigstens annähernd so hinzubekommen, wie wir das mit unseren anderen Bildern schon geschafft haben. Wir sehen neben den Optionen, die wirklich sehr wenig sind, sehr übersichtlich ist das, weitere Funktionen, hier die Template Partials. Hier werden die Templates für Head & Footer gespeichert. Kann auch weitere Templates hier erstellen. Blocks, die kann ich hier erstellen, wenn ich da mal draufklicke zum Beispiel, dann sieht man hier auch, hier geht es nur darum, dass ich HTML-Code eingebe. Gutenberg-Blogs kann ich hier erstellen und dann tatsächlich meine Blogs mit dem Gutenberg-Editor einbauen. Wobei, man muss dabei sagen, ab diesem Punkt würde ich mich ja in Abhängigkeit zu WordPress begeben. Theoretisch brauche ich das nicht, wobei ich jetzt da nicht so drauf achten werde. Mir geht es nicht darum, in diesem Review zu demonstrieren, dass ich die erstellte Site dann wirklich von WordPress trennen kann. Darum geht es mir hier nicht. Aber hier hätte ich halt die Möglichkeit, ganz normal mit meinen ganzen Blogs, die ich eventuell installiert habe, einen Gutenberg-Blog zu erstellen, den ich dann auch innerhalb von Live Canvas einbinden kann. Sektionen habe ich auch noch. Wir werden uns anschauen, was ist der Unterschied zwischen den Sections und den Partials und den Blogs. So wie ich das sehe, sind die alle untereinander eigentlich austauschbar, nur, naja, die Länge der Templates, die hier abgespeichert werden, naja, es soll ein bisschen mehr Übersicht bringen sozusagen. Hier sind es die Larger Starters und hier sind es zum Beispiel die Small Atomic Starters. Geht also hier hauptsächlich um die Länge. Ach ja, wenn du die Lizenz dann per E-Mail zugeschickt bekommst, dann kannst du sie hier eingeben, speichern und bist registriert. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen, indem ich hier auf Create New Live Canvas Page Draft klicke und dieser Seite einen Namen gebe. Sagen wir einfach mal über uns, OK, Live Canvas wird geladen und schon bin ich auf der Seite. Hier ist ja schon ein Header und ein Futter definiert. Und so sieht die Oberfläche von Live Canvas aus. Damit ich also irgendwas machen kann, sollte ich erstmal auf Add Section klicken. Und jetzt geht hier links das Sektionsmenü auf mit den sogenannten Ready Mades. Hier ist meine Dummy Section und die kann ich jetzt mit etwas beliebigen Replace, beispielsweise mit dem Centered Hero Element. Ich kann aber auch auf Centered Screenshot klicken oder Responsive Left Aligned Hero with Image. Und was mir direkt auffällt, ist, dass das blitzschnell geht. Obwohl sogar eine Animation hier eingeschaltet ist. Wenn ich da drauf klicke, das sieht man ja, das geht blitzschnell. Und das fühlt sich auf jeden Fall schon mal super an. Wer arbeitet nicht gerne mit einem Tool, was einfach so ruckzuck funktioniert. Jetzt habe ich einfach alle Elemente mal angeklickt. Und hier ist sogar ein Timer drin. Wonderful. Okay, ich nehme einfach mal den Centered Hero. Und wie du gesehen hast, ist es nicht so, als würden die Elemente dann hier untereinander eingefügt, sondern solange ich hier in dieser Sektion drin bin, kann ich links unter den Elementen einfach eins auswählen, einfügen und fertig. Und wie du siehst, gibt es halt auch noch sehr viele andere Elemente, die du alle mal durchprobieren solltest. Ich werde mir sie auch angucken, jetzt alle durchzugehen. Das würde wahrscheinlich ganz schön lange dauern. Call-to-Actions, Team-Elemente, einfach all das, was man sonst halt braucht, um eine komplette Webseite zu erstellen. Preistabellen, Testimonials. Wenn ich das hier so lese, dann denke ich mir, da müsste eigentlich 90 Prozent von dem drin sein, was ich für die Skate-Docs dann auch wirklich brauche. Okay, ich klicke nochmal hier drauf. Und jetzt gucken wir uns auch mal an, wie dieser Editor genau funktioniert. Wenn ich mit der Maus über die Elemente fahre, dann geht hier diese Box auf und dann kann ich entweder hier oben auf das Menü einfach klicken oder auch doppelklicken. Wenn ich doppelklicke, dann geht hier links das passende Menü auf. Das heißt, ich könnte auch draufklicken und auf Edit Properties klicken. Das hätte die gleiche Funktion. Und wenn ich stattdessen mit der rechten Maustaste draufklicke, dann geht unten der Code Editor auf. Und das ist auch etwas Besonderes, denn hier kann ich jetzt das HTML, was ich in diesem Element angeklickt habe, tatsächlich direkt editieren. Und es handelt sich hier um das SVG-Icon. Sieht man auch, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann hat es diesen roten Pfeil. Die Maus ist anscheinend auch durch Live Canvas geändert. Wie du siehst, entdecke ich das alles mit dir zusammen. Wenn ich jetzt hier auf dem Element darunter auf die rechte Maustaste klicke, dann wird das hier unten ersetzt. Und was sehe ich hier unten? Einfach das HTML, was in diesem Element, in dieser Box enthalten ist. Cool ist auch, dass solange ich hier oben in den Elementen drin bin, sogar der Butter in der Ebene nach oben kommt, sodass ich den auch sehen kann. Und sobald ich hier unten reingehe, ist nur noch der Editor aktiv, in dem ich übrigens auch auf das globale CSS-Zugriff habe. Und jede Menge weiterer Einstellungsmöglichkeiten. Ein bisschen Hilfe. Ich kann zwischen Themes hin und her schalten. Nehmen wir mal Dracula. Das hört sich doch gefährlich an. Ja, Ambience. Kobalt ist ganz gut. Ich kann es an die Seite packen und auch maximieren. Unten finde ich es allerdings ganz gut. Da muss man dann mehrfach draufklicken. Auch interessant ist die Funktion zum Parent Element zu gehen. Das heißt, ich habe ja jetzt gerade dieses Element hier angeklickt. Rechte Maustaste auf diesen Button hier. Das darüber liegende Element ist ja entweder der Container oder die Sektion. Klicken wir mal drauf. Hier bin ich ja tatsächlich im Parent Element. Noch mal draufklicken. Hier ist der Container. Noch mal draufklicken. Und hier ist die Sektion. So viel zum Editor, mit dem wir garantiert noch ein bisschen arbeiten werden. Bei einem Klick in ein Element bekommen wir aber noch ein weiteres Menü. Und zwar hier oben. Wir sehen, das hier ist eine H2. Ich kann hier auf H3, H4 und so weiter klicken. Und dann wird das Element blitzschnell geändert. Das scheint hier eine H1 gewesen zu sein. Außerdem kann ich verschiedene Klassen verwenden, indem ich hier auf Classes klicke. Das ist vor allem deswegen besonders nützlich, weil ich so nicht ständig in der Dokumentation von Bootstrap rumwurscheln muss. Ich kann also auf diese Elemente klicken und bekomme dann zum Beispiel die Responsive Alignment Classes angezeigt. Oder auch hier die verschiedenen Textgrößen. Wenn ich hier auf 1 klicke, dann wird das ganz, ganz winzig klein bis auf 50. Dann wird es sehr groß. Was es damit auf sich hat, das werde ich alles noch genauer erklären. 25 ist super. Das brauchen wir nicht mehr. Hier oben sind die Responsive Einstellungen. Also von einem kleinen Handy bis hin zu voller Breite kann ich hier alles überprüfen. Das gucken wir uns auch noch genauer an. Und in den Optionen kann ich noch mal das globale CSS editieren, mir die History anschauen. Und das ist wirklich cool. Hier kann ich mich blitzschnell zu einem History Punkt zurückgehen, den ich vorher benutzt habe. Also ich klicke einfach mal hier drauf. So sah es vorher auf. Aus. Und jetzt sieht es so aus. Oder so. Wichtig, weil aktuell funktioniert das bekannte STRG Z nämlich nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Wort lösche und auf STRG Z drücke, dann erscheint es wieder. Wenn ich aber zum Beispiel dieses Wort auf Bold setze, hier geht der ganze Paragraf auf Bold, dann hier oben reingehe und das Wort lösche. STRG Z, STRG Z. Das Wort ist zwar zurückgekommen, weil der Browser sich das merkt, aber der Text ist immer noch fett. Das heißt, diese History ist sehr wichtig, weil ich nur über die History wieder zu dem Layout von vorher zurückkehren kann. Ich denke, das reicht als schneller Feature-Überblick. Jetzt kommt es darauf an, wie gut ist Live Canvas darin, unsere SkateDocs-Seite umzusetzen. Falls du eines der letzten Videos gesehen hast, zum Beispiel Cadence Theme und Bloxy, dann weißt du, dass wir ganz gerne Themes und Bilder anhand unserer SkateDocs-Seite austesten. Mal sehen, wie nah Live Canvas daran kommen kann, dieses Layout hier umzusetzen. Wir haben einen relativ einfachen Header mit einer Suchfunktion, ein paar Menüpunkten und dann dieses große Hero-Element mit der transparenten Box. Die Skateboard-Tricks, die im Hintergrund eigentlich Blog-Beiträge sind. Hier ein zweispaltiges, halbtransparentes Element vor einem weiteren Hero-Bild. Hier eine Galerie. Hier fehlen zwei Bilder, aber das funktioniert trotzdem. Da kann ich dann durchklicken, auch in zwei Spalten, diesmal ohne Hintergrundbild, eine Newsletter-Box, die Trainer-Übersicht mit einem kleinen Hover-Effekt, ein Kontaktformular, Teilnehmer-Stimmen, die sich scrollen lassen. Ich vermute mal, sowas werden wir hier nicht finden, aber wir versuchen einfach mal, so nah wie möglich an diese Startseite zu kommen. Ich sehe gerade, dass die URL hier oben noch Parameter hat. Das können wir direkt mal abändern. Und zwar unter Einstellung Lesen. Da werden wir erstmal unter die Homepage Zeigt eine statische Seite. Nehmen wir mal die Beispielseite, die benennen wir dann gleich um. Speichern. Und bei Permalinks den Beitragsnamen speichern. Dann unter Seiten. Hier sehen wir, dass die Beispielseite jetzt auf Startseite eingestellt ist. Und hier finde ich gerade raus, dass das so nicht funktioniert, denn die Seite, die wir mit Live-Canvas bearbeiten wollen, die müssen wir auch über Live-Canvas erstellen. Hier die Über-Uns-Seite, die haben wir zum Beispiel mit Live-Canvas erstellt und deswegen können wir sie auch mit Live-Canvas bearbeiten. Die Beispielseite ist jedoch eine Gutenberg-Blog-Seite und deswegen können wir sie nicht einfach so mit Live-Canvas bearbeiten. Und diese Über-Uns-Seite, die ist ja eben gar nicht aufgetaucht unter Einstellungen Lesen. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass wir sie erstmal bearbeiten müssen und zwar mit Live-Canvas. Nach minutenlanger Suche habe ich tatsächlich nicht rausfinden können, wie man hier in dem Interface die Seite direkt veröffentlicht. So funktioniert es aber dennoch nach dem Speichern einfach auf Exit und dann können wir hier auf der WordPress-Oberfläche einfach auf Veröffentlichen klicken. Jetzt ist die Seite veröffentlicht und jetzt können wir auch unter Einstellungen Lesen diese Seite als Homepage definieren. Okay, dann können wir die Seite einfach mal umbenennen, nennen wir sie einfach mal Startseite und aktualisieren. Wenn wir jetzt auf die Startseite gehen, dann ja, hier ist unsere Seite und jetzt können wir tatsächlich damit anfangen, Header und Footer anzupassen. Dafür gibt es hier einen eigenen Button, Launch Header Editor in den Live-Canvas-Einstellungen und hier können wir dann den Header editieren. Was natürlich nichts anderes ist, als unter Template Partials bei Header auf Edit with Live-Canvas zu klicken. Und jetzt können wir hier dieses Partial anklicken und nach unseren Wünschen anpassen. Bevor wir jedoch das machen, passen wir erstmal unsere Farben und Schriftarten an. Das macht es nachher viel einfacher, alle weiteren Änderungen vorzunehmen. Hier der Font hat sich ja schon geändert und da habe ich auch noch was Interessantes herausgefunden und zwar hier der Hinweis auf Font-Pair. Falls du selbst noch keine Ideen dazu hast, welche Font-Paare am besten zusammenpassen, klick darauf, öffnet sich diese Seite hier. Und hier kannst du Paare, die gut zusammenpassen, auswählen. Ich weiß, ich persönlich tue mich immer sehr schwer damit, wenn es dann 1000 Fonts gibt. Ja, welche zwei oder drei Fonts möchte ich denn gerne miteinander verwenden? Hier oben unter Font-Pairs sind auch ein paar Beispiele. Ich habe einige davon mal geöffnet. Da kann man sich zum Beispiel Nonito und Nonito angucken. Also das ist ein und der gleiche Font hier. Kann man auch den Text ändern, wenn man möchte. Hier oben ist der Prosa Libre Headline-Font und Open Song ist ja sehr populär. Rubik & Carla, Biorhyme & Space Mono, sieht aus wie mit der Schreibmaschine. Poppins, das ist der, den ich als Headline verwenden werde. Pt-Serif, Serifenfonds sind ja in Deutschland nicht unbedingt so populär, weil sie nicht so lesbar sind. Das mögen eher die Amerikaner. Und Workzone, der Font, der hier für die Headline verwendet wurde, den nehmen wir als normalen Körpertext. So habe ich es dann auch in der Typografie angepasst und zwar unter normalen Font-Families Workzone und weiter unten unter Headings dann Poppins mit 700. Und dabei bleibt es auch, wenn ich noch mehr Fonts brauchen sollte, dann kann ich die immer noch einfügen, aber je weniger Fonts wir verwenden, desto performanter werden auch die Ladezeiten. Also veröffentlichen, CSS wird regeneriert und so sieht es dann zum Schluss aus, das gefällt mir sehr gut. Alles ist klar lesbar und geradlinig. Dann können wir als nächstes die Farben einstellen. Das sind dann die Farben, die ich zum Beispiel in den Sektionsoptionen nachher auf der Seite selbst hier auswählen kann. Und die finden sich hier unter Bootstrap Colors. Ich kann acht Farben hier ändern, auch wenn diese teilweise komische Namen haben, wie Success, Info, Warning und so weiter, spielt im Prinzip für uns keine Rolle. Wir können hier einfach unsere Farben eintragen. Die erste Farbe auf SkateDocs ist ein helles Blau und das kann ich einfach mal einpasten. Wunderbar, das Ganze mache ich jetzt für den Rest der Felder. Ich habe hier im Prinzip nur Blautöne und Grautöne und das sind genau die Farben, die ich brauche. Also veröffentlichen. Und jetzt sehen wir direkt die Änderung und zwar der Button hier, der hat schon diese beiden Farben angenommen, wenn ich mit der Maus darüber fahre. Und nach dem Aktualisieren kann ich hier sehen, hier sind meine Farben. Die kann ich jetzt direkt über diese Palette oder auch, wenn ich hier drauf klicke und dann auf Classes, dann habe ich die Farben auch hier oben drin. Was die restlichen Optionen hier betrifft, da können wir mal schnell durchgehen. Angefangen bei den Website-Optionen brauchen wir zum Beispiel die Tagline nicht mehr. Können wir veröffentlichen. Auf Hide Tagline klicken, natürlich noch besser. Dann wird sie jetzt gar nicht im HTML untergebracht. Im Bereich Komponenten finden sich die Bootstrap-Komponenten, um zum Beispiel gerundete Ecken zu haben, Schatten und Gradienten. Ich kann das alles mal anschalten. Dies ist an und anschaltbar dafür, dass die Möglichkeit besteht, die CSS-Datei so klein wie möglich zu machen. Was die Standardeinstellungen betrifft, die können wir ruhig mal so lassen. Unter Buttons und Forms haben wir jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, die wir global für die Input-Buttons der Formulare einstellen können. Das betrifft hier zum Beispiel nicht unbedingt die normalen Buttons. Position und weiteres der Hauptnavigation lässt sich hier einstellen. Noch haben wir keine, das heißt, wir gucken uns das gleich mal an. Es gibt auch die Möglichkeit, eine optionale Topbar zu erstellen. Hier haben wir die Möglichkeit, HTML ganz an den Anfang des Buddies zu platzieren. Als Topbar, die sogar noch über diesem Header steht. Zum Beispiel hier zum Newsletter anmelden oder 10% Rabatt nur noch bis zum Punkt, Punkt, Punkt. Brauchen wir nicht auf der Seite. Menüs werden noch definiert und im Futterbereich kann ich nur zusätzliche Informationen hinzufügen, wenn ich die denn brauche. Aber hier auch der Hinweis, dass ich über die Widgets-Page mir solche Menüs hier basteln kann. In den Homepage-Einstellungen kann ich auch nochmal die Homepage definieren und die Beitragsseite holen wir gleich noch nach. Single Post and Archives, ob ich Kategorien verstecke, Post Date and Author und Sharing Buttons nach dem Content. Das klicke ich mal an, werden wir dann später sehen. Also veröffentlichen und zusätzlicher Code für den Header und Futter. Noch mehr Möglichkeiten, Code unterzubringen an verschiedenen Stellen. Hier haben wir noch die globalen Optionen. Live Reload bezieht sich auf das manuelle Editing. Ich kann theoretisch auch die CSS-Datei direkt bearbeiten. Da gehen wir in diesem Tutorial aber nicht drauf ein. WordPress-Kommentare komplett abschalten. Und falls es Probleme gibt, das Font-Loading im Header unterbinden. Ich habe noch die Lightbox hier aktiviert, weil wir ja Galerien haben und so weiter. Denke ich mir, macht das Sinn. Und Back-to-Top-Button brauchen wir jetzt nicht. Zusätzliches CSS, das können wir im Editor selbst immer wieder hinzufügen. Brauchen wir nicht unbedingt hier machen. Und damit haben wir alle Optionen durch und können endlich mal anfangen, Header und Futter zu machen. Heimlich im Hintergrund habe ich dann schon die ersten 10 Beiträge eingepflegt. Und auch unter Seiten gibt es alle Seiten, die wir benötigen, von AGB bis über uns. Im Customizer unter Menüs werde ich jetzt das erste Hauptmenü erstellen. Hauptmenü, das nenne ich auch Primary Menu. Weiter. Einträge hinzufügen. Kontakt und Blog. FAQ-Team über uns. Und Kurse. Die Reihenfolge habe ich auch noch abgeändert. Können wir so veröffentlichen. Und das steht auch jetzt schon hier oben. Dann brauchen wir noch das Sekundärmenü. Da ich hier ausschließlich rechtliche Seiten drin habe, nenne ich es auch rechtliches Einträgen hinzufügen. Datenschutz, Impressum und AGB. Auch das können wir veröffentlichen. Unter Website-Informationen laden wir direkt mal das Logo. Hier ist es herein. Zuschneiden, überspringen und veröffentlichen. Das Logo ist drin, aber es wird noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich müssen wir es von Hand einbauen. Und jetzt können wir nochmal bei Live Canvas in die Partials gehen und den Header mit Live Canvas bearbeiten. Hier ist jetzt auch schon mal das Menü drin. Ich mache mal hier einen Doppelklick. Das sind die Einstellungen und einen Rechtsklick. Hier ist der HTML-Code. Was mich hier besonders interessiert, ist, wie dieses Menü eingebunden ist. Und es ist schlicht und ergreifend ein Shortcode, den ich hier habe. Das heißt, den will ich mir irgendwo speichern, damit ich ihn im fertigen Header verwenden kann. Überraschung, hier ist schon der fertige Header. Den habe ich in der Zwischenzeit mal selbst umgesetzt. Wie du sehen kannst, habe ich hier jede Menge Reiter auf, weil das letzte Mal, dass ich mit Dropbox gearbeitet habe, Bootstrap meinte ich natürlich, nicht Dropbox, ist irgendwo hier bei Version 2.3.2. Da habe ich wirklich eine Zeit lang ausschließlich Websites mit Bootstrap gemacht. Zwischendurch habe ich aber auch vieles andere verwendet. Und jetzt sind wir schon bei Version 5. Ist mittlerweile wirklich sehr, sehr mächtig geworden. Aber es geht ja weniger um Bootstrap. Als um die Integration in Live-Canvas und die Arbeit mit Live-Canvas. Als erstes habe ich nämlich gedacht, komm, jetzt nimmst du nicht einfach nur eine vorgefertigte Vorlage, sondern versuchst das Ding mal selbst zusammenzubauen. Und habe eine Sektion hinzugefügt. Und dann mal den Grid-Builder angeschmissen. Den werden wir nachher auch noch verwenden für die einzelnen Sektionen. Die Zwischenfutter und Header. Und hier kann man ja neue Grids, also Zeilen und Spalten einfügen. Und ich dachte mir, mach es einfach mal. Und ich kann vorwegnehmen, es klappt nicht so gut. Live-Canvas geht eher davon aus, dass wenn wir Sonderwünsche haben, die dann auch wirklich von Hand im HTML und CSS umsetzen können. Ich zeige, was das bedeutet. Also wenn ich zum Beispiel hier 3.9 einfüge und dann hier auf Choose Block gehe, kann ich ja einfach unter Basic dann ein Image auswählen. Da mache ich jetzt mal mein Logo draus. Hier habe ich auch schon das Bild vorausgewählt. Full ist nur 100x100. Und ich kann jetzt hier in der Sektion mal einen Doppelklick drauf machen und als Hintergrundfarbe das helle Blau auswählen. Und jetzt möchte ich ja hier mein Navigationsmenü drin haben, also klicke ich da drauf. Dann kann ich auswählen unter Basic. Verschiedene Dinge, allerdings kein Menü unter Icons und Text. Auch kein Menü, Cards, auch kein Menü, Video und Media brauche ich hier auch nicht. Die Bootstrap 5 Blocks oder unter WordPress Integration. Na, hier habe ich immerhin die Pagelist, aber auch nicht die Möglichkeit, eine Navigation zu integrieren. Deswegen auch so wichtig, dass wir diesen Shortcode rauskopiert haben. Ich habe ihn hier immer noch in einem Textdokument. Ja, aber ich zeige das mal, wenn ich jetzt hier auf Pagelist gehe, bekomme ich tatsächlich die gesamte Pagelist. Das ist aber nur nach Kategorien sortierbar. Also wenn ich hier mal draufklicke, dann sehe ich, ich habe hier eine Menge Konfigurationsmöglichkeiten. Das sind aber nicht die Navigationselemente, sondern einfach ein Element mit einer Liste von Seiten, die ich hier frei konfigurieren kann. Es geht aber noch weiter. Also angenommen, ich habe jetzt hier den richtigen Shortcode drin und ich mache das mal kurz unter Block. Im Code ersetze ich einfach mal diesen Shortcode mit diesem hier. Und hier ist auch meine Navigationsliste. Aber die ist jetzt natürlich noch nicht richtig eingebunden. Und es gibt auch keinerlei Möglichkeiten, das jetzt hier zu konfigurieren. So, dass ich vorschlagen würde, das direkt über HTML und CSS zu machen. Denn wenn man Live Canvas kauft, hat man sich dazu bereit erklärt, im Notfall eben alles selbst mit HTML und CSS umzusetzen. Und das ist ja keine Schwäche, sondern das soll ja gerade die Stärke sein. Du siehst, wenn du dich hier also nicht gut auskennst, ist Live Canvas wahrscheinlich für dich nicht das richtige Tool. Okay, schmeißen wir das Ding mal hier runter und das Section gehen wir auf Delete. Und dann schauen wir uns mal an, was ich hier gemacht habe. Rechte Maustaste da drauf. Hier ist einfach eine Kopie von den Vorlagen. Also wenn ich hier über Add Section hingehe, kann ich ja eine dieser Vorlagen nehmen und eine davon habe ich genommen und entsprechend umgearbeitet im HTML. Die geht wieder weg. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier, das ist das, worauf es drauf ankommt. Nav. Hier unten das Modal. Das ist tatsächlich die Suchbox. Wenn ich da draufklicke, dann soll eine Suchbox aufgehen. Das ist jetzt aber hier nur eine Idee. Die werde ich nicht wirklich fertig implementieren. Da ich davon ausgehe, dass du das auch selbst kannst, interessanter ist vielmehr, was ich alles machen musste, um hier mein Menü nach rechts zu kriegen. Da bin ich auf, ich würde nicht sagen, einen kleinen Bug gestoßen. Es war auf jeden Fall notwendig, dieses Menü hier nochmal zusätzlich zu rappen in einen Div. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann wird es zwar immer noch angezeigt, hier dieses Div mal rausnehme, aber dann ist es links ausgerichtet. Und ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass ich einfach das Ganze nochmal in einen Div rappen muss. Wir haben hier neben dem Navigationselement einen Container Wrapper und hier drunter ist tatsächlich ein Link. Das ist dieses Element hier mit dem Bild und dem Schriftzug. Interessant und Live Canvas typisch ist hier noch das Attribut editable. Inline steht hierfür, dass ich beim Editieren hier draufklicken kann, um es abzuändern. Also wenn ich das Ganze hier abändern möchte, kein Problem. Und wenn ich Inline verwende, dann kann ich nur Bold und Intelliq machen und Classes auswählen. Sollte ich jedoch aus dem Inline ein Ridge machen und hier draufklicken, dann ist es tatsächlich so, dass ich alle möglichen Auswahlfelder angezeigt bekomme. Ich brauche ja für mein eigenes Logo jetzt in dem Fall eigentlich gar kein Editable Element. Nehme ich das also mal raus. So, ich habe das Logo in den Schriftzug und das Menü. Das Menü musste ich in einen Div einbinden, damit es auch rechts ausgerichtet wird. Und hinter dem Menü, was dynamisch erzeugt wird, ist dann dieser Button mit der Lupe. Außerdem, wenn ich mit der Maus hier über die Menüpunkte fahre, dann habe ich diesen Unterstrich-Effekt, will ich es mal nennen, die Animation. Und hierzu wollen wir nochmal den Source-Code aufrufen. Dazu musste ich im Global CSS ein bisschen was mit dem CSS experimentieren. Und wir sehen hier hauptsächlich, dass ich ein paar Farben eingesetzt habe. Und diese Animation hier unten, das ist das, wenn ich mit der Maus drüber fahre, das sind diese beiden Elemente. Woher habe ich das jetzt? Also da habe ich einfach nach Bootstrap Underline Animation gesucht und hier drauf geklickt. Und hier siehst du ja, dass wenn du mit der Maus drüber fährst, da gibt es diese Animation. Und die habe ich einfach übernommen. Meine Farben ein bisschen angepasst, so dass das hier im Prinzip fast genauso aussieht wie beim Original. Die Lupe habe ich übrigens gefunden, indem ich einfach nach Magnifying Glass und Bootstrap gesucht habe und dann hier unten den HTML-Code, also den SOG-Code hier genommen und dort bei HTML eingefügt, so dass die Lupe hinter dem Menü ist. So, dann haben wir nur noch das Model. Das Model werde ich jetzt mal hier rausnehmen. Ist eine schöne Übung. Gibt es online auch etliche Tutorials, die erklären, wie das funktioniert. Ich verzichte für dieses Tutorial jetzt einfach mal da drauf und kümmern wir uns das nächste Mal um den Futter. So sieht der Futter im Original aus. Also ganz simpel. Links die Icons, rechts das rechtliche Menü und unten den Copyright-Hinweis. Das war es schon. Also wieder Live-Canvas, Template-Partials und dann den Futter mit Live-Canvas editieren. Erstmal die Hintergrundfarbe einstellen. Mal gucken, ob ich diese dunkle Farbe finde. Ich glaube, ich habe sie hier noch gar nicht definiert. Aber ich muss sagen, die Farbe gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Nehmen wir einfach die hier. Wenn ich mit der Maus hier so drüber fahre, dann sehe ich ja auch, dass im Prinzip habe ich hier oben einen Block, den ich nicht brauche. Dann können wir den einfach mal rausnehmen. Hier kommt nur der Text Folge uns rein. Den dann bitte fett. Oder machen wir einfach mal eine Überschrift daraus. Etwas kleiner. Wunderbar. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt diese drei Spalten. Und es ist jetzt gar nicht mal so einfach, das zu ändern. Ich habe zwar die Möglichkeit, hier bei Column drauf zu klicken und dann Edit Properties oder Doppelklick und kann hier die Properties von der Spalte beeinflussen. Ich kann aber nicht einfach Spalten wegnehmen und hinzufügen oder so. Da muss ich dann nochmal von vorne anfangen oder in den Quellcode reingucken. Das mache ich jetzt mal. Und hier sehen wir ja, dass wir hier die erste Spalte mit Col-LG3 haben. Und hier weiter unten kommen dann weitere Columns hinzu. Und da müssen wir jetzt mal welche von wegnehmen. Nehmen wir die hinteren beiden einfach mal weg. Das geht dann bis hier unten. Das müsste stimmen. Jetzt haben wir nur noch eine und von der wollen wir, dass sie über die gesamte Breite geht. Da wir oben schon drei haben und wir insgesamt immer zwölf brauchen, mache ich hier mal eine neun draus. Nein, es muss eine acht sein, weil wir ein Offset von eins haben. Das ist okay. Wir können auch mal neun probieren und den Offset rausnehmen. So weg. Und dann klappt es auch. Eine Überschrift hier unten brauchen wir auch nicht, sondern nur noch ein Menü. Und wie das geht, das haben wir ja schon im Header gesehen. Ich denke, wir können das hier alles mal rausnehmen. Gucken, was passiert, wenn ich hier ein Menü einfüge. Und dann wollen wir ja nicht das Primary Menü haben, sondern das Secondary müsste es sein. Da ist es Datenschutz, Impressum und AGB. Um das jetzt noch rechts auszurichten, müssen wir einfach hier die Nav und Justify Content End Klassen noch einfügen. Ich habe die Überschrift hier nochmal mit einem BR ersetzt, sodass das eine Zeile runterfällt. Brauchen wir ja nicht unbedingt die Überschrift hier. Die Links bekommen wir am einfachsten weiß, meiner Meinung nach, indem wir hier eine ID vergeben. Futter würde natürlich richtig Sinn machen. Text ist ja schon mal weiß. Und jetzt können wir hier im HTML-Code unter Global CSS, fügen wir einfach mal unten an, Futter und hier aller Links mit einer Farbe von BS Light. Jetzt sind auch die Links-Inweis. Und dann müssen wir nur noch die Zeile hier unten korrigieren. Und dazu brauchen wir das hier eigentlich alles gar nicht mehr. Nur noch den Copyright-Hinweis. Den können wir vielleicht noch behalten, einfügen. So einfach mal den Content geändert und dann hier ein Doppelklick drauf und die Alignment-Funktion auf Center. Wunderbar, damit ist unser Futter auch fertig. Können wir drück mal Speichern und Exit. Und jetzt haben wir unseren Header und den Futter und müssen nur noch den Content auf der Startseite einfüllen. Und so sieht das Original aus. Wir haben ein Hero-Element, ein Bild, abgetönt, eine Mittelbox, halb durchsichtig, mit Überschrift und drei Zeilen. Also auf der Startseite Edit with Live Canvas. Dann können wir die bestehende Section einfach mal klick und entfernen. Dann eine neue Section hinzufügen. Und wenn ich hier so runterscrolle, dann sehe ich etwas weiter unten tatsächlich zwei Stück, die in Frage kämen. Nehmen wir erstmal die erste hier. Die passt eigentlich schon wirklich super. Und die zweite hier, die hat einen Video-Hintergrund. Das ist natürlich auch sehr cool. Wir haben im Original keinen Video-Hintergrund, deswegen nehme ich einfach mal diese hier. Überschrift eingefügt. Die ist natürlich riesengroß hier. Mal schauen, wenn wir auf H1 gehen. H2 ist viel kleiner, dann H1. Ach, okay, jetzt hat sie die richtige Größe. Der Font unten ist verschwunden. Ich habe jetzt mal hier auf Block doppel geklickt. Das funktioniert nicht, aber es kommt natürlich mal wieder der Rechtsklick zu Hilfe. Hier ist jetzt nur noch das Icon drin. Dann habe ich anscheinend die Schrift überschrieben. Kein Problem, einfach als HTML hier einfügen. Es sind ja nur drei paar Graphen. Schließen. Und in der Tat, hier habe ich schon mal die Box. Das Hintergrundbild für die Sektion. Passen wir auch gleich an. Ein Doppelklick auf die Section und dann unter Decoration können wir ein Background-Image definieren. Upload Local. Hier ist unser Bild. Einfügen. Volle Größe. Das Bild wird noch nicht angezeigt. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier schließe und dann nochmal hier draufklicke auf Section Doppelklick. Hier wird es schon als Bild angezeigt. Dann vermute ich, dass es wahrscheinlich im falschen Element als Hintergrundbild definiert wurde. Mal sehen, wo das andere Bild sich versteckt. Ist es hier. Fällt auch auf, wenn ich hier draufklicke. Dann wird zwar das Bild hier oben angezeigt, aber das Preview wird immer noch so angezeigt. Also hier nochmal, obwohl jetzt funktioniert es. Aha, okay. Ich musste also nochmal auf das Bild klicken und dann wurde diese, dann ist diese Leiste nochmal ausgefahren und hier habe ich dann nochmal auf Full geklickt und jetzt wird das Bild hinten übernommen. Anscheinend haben wir schon einen Overlay-Effekt. Das sieht auch schon richtig gut aus. Ich mache das mal zu. Ein bisschen doof ist, wenn man es zumacht. Zum Beispiel ein Doppelklick hier drauf, dann geht das, das war ein Klick zu viel. Dann geht diese Leiste auf und wenn ich die schließe, gehen wir nicht etwa zum Menü da drunter liegend. Wenn ich da hinkommen möchte, dann muss ich hier einen Doppelklick auf die Section machen. Ich habe jetzt nochmal den HTML-Code geöffnet, um mir anzuschauen, wie dieser Blending-Effekt entstanden ist. Und siehe da, das ist hier auf eine leicht andere Art und Weise integriert. Und zwar mussten wir dafür gar nicht ein weiteres Element verwenden, wie das viele andere Page-Bilder machen. Ich denke, hier sticht wiederum ein Vorteil der Verwendung von Live-Canvas hervor, nämlich, dass hier ein bisschen intelligentere CSS-Lösungen gesucht werden oder angeboten werden. Wir sehen ja hier, dass das Bild eingebunden wird. Center Cover, No Repeat. Und dann Hintergrundfarbe 444. Kann ich jetzt mal auf FF0 setzen. Dann sehen wir, dass es hier gelb ist. 444 ist ein Grauton. Wenn ich diesen Grauton aktiviert habe, dann kann ich mit der Anweisung Background Blend Mode Overlay dafür sorgen, dass eine Abdunklung passiert, wofür normalerweise ein eigenes Div-Element mit einer Hintergrundfarbe versehen wird. Und die Hintergrundfarbe wird transparent eingestellt. Außerdem sehe ich hier, dass noch ein bisschen aufgeräumt werden kann. Ah, das ist die alte Schriftart und die steht auf Display 1. Vielleicht auch ein guter Punkt, um hier einfach mal zu zeigen, was noch möglich ist. Denn hier ist es möglich, auf Classes zu gehen, bei dieser Überschrift, und eine der Responsive Font Sizes zu verwenden. Das ist ganz cool, wenn ich einfach möchte, dass gewisse Textelemente dann doch eine andere Größe zugewiesen bekommen, als es normal auf der H1 bis H6 liegt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt möchte, dass dieses Element eine H6 ist, dann ist es ja sehr klein und gleichzeitig aber doch sehr groß angezeigt wird, dann kann ich hier drauf klicken. Und der große Vorteil dieser Responsive Font Sizes ist, dass sie automatisch bei der Verkleinerung des Layouts, also in der Mobile-Version, reduziert wird. Also das, was auf dem Desktop zum Beispiel Font Size, ich würde mal schätzen, keine Ahnung, 60 ist, ist auf dem Mobile-Phone dann automatisch nur noch 50 oder 40. Und das ist der große Vorteil, dieser Responsive Font Sizes, dass die Font Sizes an sich eben schon responsive sind. Es steckt ja im Namen. So, für mich sind aber die normalen Größen der H1, und es soll auch eine H1 hier sein, ganz okay, das kommt dem Original sehr nah. Ich muss jetzt nur noch dafür sorgen, dass diese Box auch einen eigenen Overlay-Effekt bekommt. Und dann noch runde Ecken und ein bisschen Padding. Mal sehen, was davon mit dem Interface geht. Also hier ein Doppelklick auf Column. Wir haben hier ein Column mit zwei Blöcken, oder sogar drei, nee, zwei Blöcken. Und bei Spacings können wir jetzt mal oben und unten ein bisschen Padding hinzufügen. Drei, vielleicht sogar sechs. Und von der Seite vielleicht drei. So. Jetzt sehen wir schon, dass hier eine Menge Platz drumherum ist. Wir brauchen eigentlich nur noch für die Column selbst einen Hintergrund. Ich vermute mal, dass wir das hier nicht im Interface haben. Background, da haben wir verschiedene Sachen, die ganz schön funky aussehen. Ich klicke mal hier drauf. Hier ist eine volle Farbe. Ach, das soll, das steht anscheinend, das Graue steht für keinen Hintergrund. Das heißt, wir müssen hier Selbsthand anlegen, ein bisschen CSS zaubern. Nochmal mit der rechten Maustaste auf die Section. Vor allem, weil wenn wir hier in der Mitte mit der rechten Maustaste auf Column gehen, dann habe ich nicht das darüber liegende CSS. Also nochmal hier rechte Maustaste. Das ist eigentlich auch cool gemacht, dass man je nach Level sozusagen entweder hier drauf klickt und das HTML wird angezeigt oder hier mit der rechten Maustaste drauf. Was ich jetzt eigentlich möchte, ist diesen Background Blend. Den möchte ich auch bei diesem Block Element hier einfügen. Das dürfte das zweite Div Element sein. Also im Prinzip das hier. Ich füge das mal hier ein und jetzt habe ich hier die Jungs nochmal da drin. Eigentlich will ich nicht das Bild haben, sondern im Prinzip einen Grauton. Eine Hintergrundfarbe von Schwarz. Und hier funktioniert das mit dem Background Blend Mode jetzt nicht, weil es kein Bild ist, vermute ich. Also füge ich einfach die altbekannte Opacity 05 ein und schon ist es durchsichtig. Aber nicht nur der Hintergrund ist durchsichtig, sondern auch die Schriftart selbst. Kurze Recherche im Netz. Wir brauchen tatsächlich diese Anweisung hier. So wird nur der Hintergrund durchsichtig und nicht gleichzeitig auch die Schrift. Gleich mal weiter recherchiert, was die abgerundeten Ecken betrifft. Und hier haben wir eine eingebaute Klasse. Wir müssen einfach nur Rounded oder wahrscheinlich Rounded Start, Circle oder Pill nehmen. Testen wir mal Rounded. Und in der Tat, wenn ich hier das D vervollständige, dann sieht man oben rechts in der Ecke, also ich füge mal das D hinzu und tatsächlich die Ecke ist abgerundet, aber nur ganz minimal. Rounded Circle, das ist tatsächlich sehr stark abgerundet. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das sieht eigentlich aus wie so ein Skateboard. Und Rounded Pill sieht aus wie eine Pille. Ja, Bootstrap geht jetzt einiges, aber eben nicht alles. Deswegen müssen wir wahrscheinlich dann doch selbst mit CSS für unsere runden Ecken sorgen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Wir müssen hier nur Border Radius 25px einstellen und schon sieht es genauso aus wie im Original. Den Pfeil nach unten habe ich im Original jetzt nicht, aber ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Können wir ruhig mal drin lassen. Im Quelltext sehen wir auch und das ist vielleicht ein weiterer Vorteil, dass wir, naja, so nah am Bare Metal arbeiten, dass wir mit all diesen Entscheidungen, Layout-Entscheidungen, HTML- und CSS-Entscheidungen konfrontiert werden. Und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich zum Beispiel die Smooth-Scroll-Unterstützung für Safari rausnehme und ich würde sagen, ich nehme das auf jeden Fall raus. Safari-Browser werden immer noch nach unten geschickt, halt nur nicht mit einem schönen Scroll-Effekt. Das ist schon in Ordnung. Wir schließen das mal und speichern. Der Hintergrund an sich ist ein bisschen dunkel im Vergleich, aber nur einen kleinen Tick. Also ist nicht weiter schlimm. Das können wir hier einfach mal durchgehen lassen. Mir fällt aber auch auf, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal testen möchte, gut, wir haben jetzt keine weitere Sektion. Ich füge einfach mal eine hinzu. Hier ist eine neue Dummy-Sektion. Machen wir mal den Centered-Intro. Ist jetzt egal, was da unten ist. Wir wollen ja, wenn wir hier draufklicken, dass er zur nächsten Sektion springt. Das tut er aber im Backend nicht. Das heißt, hierzu müssen wir erstmal speichern. Gleichzeitig die Seite in einem neuen Browser-Fenster laden. Hier draufklicken und dann scrollen wir tatsächlich zur nächsten Sektion. Funktioniert also und sieht, muss ich sagen, wirklich ganz gut aus. Da können wir dann direkt zur nächsten Sektion kommen, die hier wieder entfernen, neu hinzufügen und hier haben wir etwas Interessantes und zwar die nächste Sektion sind die Top 10 Skateboard-Tricks. Das sind die Blog-Beiträge, die auch schon eingepflegt sind und zwar haben wir hier drei Stück in Boxen mit Schattierung und das hier ist eine Post-Liste. Okay, mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen und dafür gucken wir direkt mal in die Ready-Mades rein. Nicht bei den Hero-Elementen, sondern höchstwahrscheinlich unter Content. Hier habe ich auch was gefunden, das würde natürlich super passen. Hier diese Karten, Three Centered Cards. Das ist aber nur ein Layout-Vorschlag hier. Diese drei Karten sind nicht etwa mit Seiten oder Beiträgen verbunden. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier in den Bereich WordPress Integration gehen muss und hier unten habe ich tatsächlich Get-Posts. Siehe da, hier werden schon mal alle Posts und auch die animierten GIFs eingefügt. Und jetzt halten sie alle an. Sehr gut. Also das ist schon mal richtig, aber ich möchte jetzt ja nur drei von denen haben. Also klicke ich mal doppelt hier auf die Section. Nein, hier ein Doppelklick auf Container, da kann ich erst mal das Container-Element auf Fixed Width einstellen. Das ist richtig. Und dann muss ich auf eins der Elemente hier draufklicken, um dieses Post Grid zu konfigurieren. Hier kann ich also beispielsweise die Sortierung einstellen. Ich möchte die Sortierung nämlich ganz gerne umkehren. Descending? Nein, Ascending. Number of Items kann ich hier einstellen. Das sind drei. Und jetzt kann ich unter Output View auch den Typ einstellen. Cards ist schon soweit richtig. Cards dann drei. Ah, jetzt wird auch die ganze Breite ausgenutzt. Das Ganze kann ich auch in einen Wrapper geben. Und hier unten muss ich jetzt tatsächlich, da gibt es keine Auswahlbox, sondern ich kann hier reintippen, was ich alles nicht haben möchte. Mal schauen, wenn ich jetzt Title tippe. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Wenn ich jetzt anfange Title zu tippen, dann gehen die ganzen anderen Wörter weg und ich muss die vorher mir irgendwie merken. Stellen wir doch erst mal das Excerpt auf Null. Ja, dann ist das Excerpt weg. Ah, ich kann immerhin den Headings Tag auf sagen wir H2-Stellen. Gut etwas kleiner, wenn es mir zu groß ist. Ja, wunderbar. H4 passt gut. Featured Image Format Thumbnail dürfte sehr klein sein. Medium können wir ruhig auf Full lassen. Ah, ich sehe jetzt hier oben, der Trick ist, Hide Elements auf All zu klicken. Jetzt sind also alle Elemente weg und jetzt kann ich hingehen und zum Beispiel Featured Image wegnehmen und dann müsste es auch wieder erscheinen. Ja, so ist es genau richtig. Ich möchte das Bild haben und den Link und mehr möchte ich hier gar nicht. Speichern wir direkt mal ab und ich frage mich, wie das dann auf der Live-Seite aussieht. Übrigens, was mir auffällt ist, wenn ich so, und das kommt vielleicht im Video nicht ganz so rüber, weil es teilweise auch geschnitten ist, aber wenn ich hier aktualisiere, das lädt immer blitzschnell. Also da können die anderen What You See Is What You Get Editoren nicht mithalten. Die haben mehr Komfort, gar keine Frage. Das wirst du auch mittlerweile festgestellt haben. Wenn du dir die anderen Videos anguckst, zum Beispiel Bloxy und Cadence Theme oder gar Elementor, die haben deutlich mehr Komfort beim Editieren, aber das Ding hier, der Live-Canvas-Editor, der ist blitzschnell. Und die Schnelligkeit, die erkauft man sich halt, indem es eben notwendig ist. Jetzt hier, wir sehen ja, das ist ja noch lange nicht so wie im Original. Das Original sieht so aus. Da müssen wir also jetzt noch ein bisschen rum dockern, am CSS und am HTML, also zurück in den Editor. Rechte Maustaste auf die Section und dann fügen wir einfach mal hier erstens eine Überschrift ein. So die Top Ten Skateboard Tricks. Klasse Text Center bringt das Ganze in die Mitte und dann brauchen wir da drunter noch einen Button. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal zeigen, dass es über das What You See Is What You Get Interface, wenn man das überhaupt als solches bezeichnen kann, schwierig ist, ja, etwas einzufügen, ohne dass man zum Beispiel hier auf Container klickt, Add Row, dann zum Beispiel innerhalb dessen eine Zeile mit einer Spalte. Jetzt ist hier unten diese Zeile mit einer Spalte und der Möglichkeit auf Choose Block zu klicken. Wenn ich jetzt da drauf klicke, dann komme ich erst in den Bereich zum Beispiel einen Button einzufügen. Also klicken wir einfach mal mit rechten Maustaste hier auf die Section und jetzt sehen wir, was alles passiert ist. Er hat ein Row eingefügt, eine Spalte, einen Block, nur um das hier einzufügen. Und jetzt können wir natürlich auch einfach das hier selbst einfügen, indem wir das alles rausnehmen und hier einfügen. Das macht es deutlich einfacher. Scrollen wir runter oder machen das mal zu. Jetzt haben wir tatsächlich die Überschrift und den Button. Den müssen wir jetzt nur noch ein bisschen umstylen, aber erst mal ein Doppelklick auf die Section. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz oben und unten. Versuchen wir mal sechs. Platz hier oben, vielleicht sogar acht. Im Original haben wir auch sehr viel Platz. Ja, das sieht schon mal besser aus. Mal sehen, was passiert, wenn wir den Button auch mit Text Center versehen. Das hat noch nicht gereicht, wahrscheinlich weil das Ganze als Display Block eingebunden ist. Das ist ja immerhin ein quadratischer Button. Der richtige und moderne Weg ist wahrscheinlich dann doch ein Wrapper Element zu verwenden und Display Grid. Kopieren wir das einfach mal hier rüber. Wir sehen ja dann, dass der Button nach rechts rückt. Also wir fügen das mal hier ein und nehmen dann unseren Button, stecken den hier rein und siehe da, der Button ist jetzt wirklich auf der rechten Seite. Jetzt noch ein bisschen Abstand für die Überschrift. Margin Bottom 2, 4 ist vielleicht ganz gut. Jetzt ist der Abstand hier ein bisschen größer geworden. Und jetzt wollen wir noch den Button über das globale CSS einmal mit dem richtigen Layout versehen, dass der überall auch gleich aussieht. Also brauchen wir hier die Klasse Button Primary und Primary Hover. Ja, jeweils mit dem Background Primary und Secondary und die Farbe Light und schon haben wir den Button so angepasst, wie wir das brauchen. Im HTML übrigens, um den rechts zu platzieren, habe ich dann das Wrapper Element auf Display Grid gestellt und dieses Justify Content eigentlich brauchen wir, wenn wir noch nicht auf dem Mobil optimieren, hier nur ein End. Und man sieht ja, wenn ich das mal hier wegnehme, dann ist der Button über die gesamte Breite und Justify Content End drückt ihn nach ganz rechts, so wie ich es auch haben möchte. noch schnell den Text geändert und jetzt geht's zur nächsten Sektion. Super easy, Bild mit Overlay-Effekt und zwei Spalten in der Box. Eine gute Gelegenheit, um einfach mal den Grid Builder zu verwenden und nicht eins der Ready-Mades, also mit den Ready-Mades wird es jetzt super schnell gehen, aber mit dem Grid Builder ist interessant. Achso, wir könnten auch einfach dieses Element hier kopieren, das würde sogar noch schneller gehen. Wir brauchen Equal Height Columns, zwei Stück und jetzt müssen wir nur noch das Hintergrund Bild einfügen, Decoration, Background Bild, Upload, Local, hier ist das Bild, Choose, wir verwenden Full und schon wird es im Hintergrund angezeigt und hier nach einem Doppelklick auf die Section kann ich auch das Inline-CSS erweitern und einfach den Background Overlay hinzufügen, schon wird das Bild dunkler, das Ganze hier ist noch ein bisschen lach, also fügen wir einfach mal das HTML hier ein. Ich glaube, wir brauchen noch nur die beiden Spalten und die Blöcke hier drin brauchen wir nicht, je weniger HTML, desto besser. Das HTML ist drinnen, schließen, damit wir es auch sehen können, jetzt ist es schon ein bisschen größer, aber wir brauchen noch eine Menge Platz, also Section, Doppelklick, Spacing, Stop, 6, deutlich größer, Bottom auch, 8 und dieser Container, der kann auch nochmal ordentlich Spacing nach oben haben, Top und Bottom, jetzt müssen wir nur noch die Schrift hier weiß machen, also Doppelklick auf die Section und dann Colors, Text, Color Right, jetzt braucht der Container noch ein bisschen Padding, ich glaube, da hatten wir vier, rundum, das können wir mal probieren und den Rest machen wir jetzt im CSS im Container. Übrigens, wenn ich auch das darüberliegen in der CSS sehen möchte, dann kann ich auch hier auf GoToParent klicken, nochmal, jetzt habe ich zum Beispiel alle Sections, was super praktisch ist, weil jetzt habe ich auch die Sections von darüber und kann gucken, ob ich gewisse Sachen, wie zum Beispiel die gerundeten Ecken von hier einfach übernehme. Hier vielleicht noch eine coole Idee, wenn wir sowieso schon mit HTML und CSS arbeiten, dann könnten wir das auch übernehmen und daraus einen eigenen Style machen. Ich schneide das mal hier aus. Den Style, den werde ich Mbox nennen. Für die Box, die in der Mitte ist, gibt es jetzt noch nicht und wir brauchen die Mbox auch hier unten. Das hier ist die Mbox oder die darüber, Mbox und im globalen CSS da füge ich jetzt also die Klasse Mbox ein. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel X vervollständige, dann wird sofort diese Box hier richtig angezeigt. Und das nächste Mal, wenn ich so eine Box haben will, muss ich einfach nur Mbox anwenden und fertig. Das sieht doch mal wirklich cool aus. Und ganz ehrlich, wenn man einmal weiß oder das verinnerlicht hat, wie es funktioniert, dauert das auch nicht mehr als 60 oder 90 Sekunden. Die nächste Sektion hat eine Bildergalerie hier. Wenn ich da draufklicke, dann wird mir die Bildergalerie auch angezeigt. In zwei Spalten und diesmal ohne Hintergrundbild. Also eine neue Sektion hinzufügen mit dem Grid Builder, zwei Spalten und dann die Sektion auf jeden Fall mit ein bisschen Platz versehen. Spacings, Top und Bottom auf 8. Und hier auf der linken Seite kommt dann die Galerie rein. Also klickt da drauf und hier ist dann auch die Dokumentation, wie man Galerien einbaut. Dazu brauchen wir tatsächlich Gutenberg Blocks. Die können wir aktivieren, indem wir hier in den Live Canvas Einstellungen Gutenberg Blocks aktivieren. und dann haben wir hier die Gutenberg Blocks erstellen. Jetzt erstellen wir also mit dem Gutenberg Editor eine ganz normale Galerie. Also hier auf Plus nach Galerie suchen, Galerie einfügen, Mediathek, Bild 1, Bild 2, Bild 3, dann eine neue Galerie erstellen. Beschriftungen brauchen wir nicht, also Galerie einfügen und laut Anleitung dürfen wir nicht vergessen, Link zu Mediendatei einzustellen und dann veröffentlichen, veröffentlichen, Spalten 3 passt. Und zusätzliches brauchen wir nicht. Können wir also nochmals aktualisieren und zurück. Hoch noch vergessen, den Shortcode rauszukopieren, also große Galerie. Und dann hier können wir den Shortcode rauskopieren und dann an dieser Stelle hier einfügen. Choose Block ist ja immer noch aktiviert und hier dann einfach WordPress Integration Shortcode draufklicken. Hier fügen wir den Shortcode ein und siehe da, hier ist unsere Galerie. Also ich habe noch ein bisschen daran rumgespielt und es ist tatsächlich ein Bug. Ich hoffe ja insgeheim immer, dass ich einen finde, wenn ich so ein Theme oder ein Tool teste, um auch einfach mal den Customer Support ausprobieren zu können. Das habe ich hier auch gemacht, habe dem Support ein kleines YouTube-Video geschickt und das Problem demonstriert. Und tatsächlich, es ist ein Bug. Der Support hat mir dann angeboten, diese PicoStrap 5.2.2 Datei runterzuladen. Das ist die Beta-Version und die installieren wir jetzt einfach mal. Hier sind wir unter Design und Themes und können das Theme mal hinzufügen, hochladen, Datei auswählen oder hier einfach per Drag & Drop drauf fallen lassen. Jetzt installieren. Die Installationsroutine fragt mich, installiert es durch hochgeladenes ersetzen. Ja, das Theme wurde erfolgreich aktualisiert. Jetzt gehen wir mal auf Themes zurück und ich befürchte, da wir das Child Theme verwenden, dürfte es immer noch nicht funktionieren. Aber wir testen das einfach mal hier aktualisieren. Doch, es funktioniert wunderbar. Also auch das Child Theme funktioniert, obwohl ich glaube, nur dieses Haupt Theme installiert wurde. Interessant, wieder was Neues gelernt. Ja, also über einen kleinen Umweg haben wir dann die Galerie auch ins Laufen bekommen. Das funktioniert genauso, wie gewünscht. Jetzt muss ich nur noch den Text drumherum machen. Das mache ich mal schnell im Hintergrund. Und jetzt ist auch der Text und beide Spalten sind ausgefüllt. Hintergrundfarbe und an den Abständen habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Und dann hat mich interessiert, wie ich am besten dieses List Style Icon umsetze. Und es gibt zwar Möglichkeiten, das mit den vorgefertigten Blöcken zu machen. Also zum Beispiel, wenn man hier mal Add Row macht, dann haben wir ja eine Zeile, die wir hinzufügen können. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, Choose Block, kann ich beispielsweise hier das daneben. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, im HTML Code, das ist alles notwendig, um letztendlich ein Icon und ein Stück Text, wie hier oben, zu machen. Und das war mir dann einfach zu viel. Also das hier wieder löschen. Was ich stattdessen gemacht habe, ist hier auf der Seite einfach die Überschrift mit ein bisschen Abstand. Und um die Punkte bei den bei den Listenpunkten wegzukriegen, kann man hier unter All Class List an Style, das hier habe ich extra weggelassen. So, jetzt ist es ganz links. Und als Icon habe ich einfach hier in den Bootstrap Icons den Record Circle. Sieht aus wie eine Skate-Rolle, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Das ist die Vorlage. Brauchen wir nicht mehr. Und es wäre auch möglich gewesen, dieses Media Object zu nehmen. Aber hier ist halt auch extrem viel HTML notwendig. Und das ist eben der Vorteil, wenn man so nah am HTML und CSS arbeitet, dann kann man wirklich so wenig wie möglich Ressourcen verbrauchen. Und das macht die Seite natürlich schneller. Okay, damit wären wir dann schon bei der nächsten Sektion. Und wenn wir uns die nächsten Sektionen angucken, dann sehen wir hier sind vor allem Formulare, also diese zwei Formulare. Unsere Trainer, das sind einfache Karten, das werden wir noch umsetzen, das Kontaktformular und nochmal die Testimonials. Die beiden Formulare werde ich weglassen und zwar aus folgendem Grund. Die Unterstützung für Live Canvas für Formulare ist aktuell ja so gut wie nicht vorhanden. Das heißt, man muss sie sowieso von Hand bauen. Und hier stellt sich dann die Frage, was man genau verwendet. Zum Beispiel ein Plugin wie WP Forms oder vielleicht auch einen externen Formularanbieter. Das ist natürlich auch möglich. Aus meiner Sicht ist das aktuell noch ein dicker Minuspunkt und statt jetzt krampfhaft zu versuchen, die Formulare mit externen Tools umzusetzen und um dieses Video etwas kürzer zu machen, überspringe ich die Formulare. Das heißt, als nächstes kommt unsere Trainer. Unsere Trainer, das sind natürlich Team-Sektionen und dafür gibt es eine eigene Abteilung hier. Und jetzt müssen wir nur welche raussuchen, die auch gut passen. Ich würde fast sagen, hier sind drei, aber die vier hier, die passen im Prinzip noch ein bisschen besser. Die sind alle ein bisschen simpel. Oder die hier. Klicken wir mal hier drauf. Das passt eigentlich sehr gut. Hier gibt es keinen Effekt. Das ist also sehr schlicht gehalten. Und das hier. Das sieht eigentlich sehr cool aus. Hier müssen wir es nur so anpassen, dass wir eine Spalte weniger haben. Ich denke, das könnten wir ruhig mal ausprobieren. Also wir entfernen einfach mal die hintere Spalte. Ich kann schon mal den Block hier entfernen und diesen Block hier. Das betrifft aber dann auch nur den Inhalt. Also ich habe hier nicht die Möglichkeit zu sagen, entferne die ganze Spalte und mache aus den vier Spalten einfach drei Spalten. Ich denke, das könnte ein Feature sein, was in Zukunft noch eingebettet wird. Ich kann tatsächlich die Spalte nach links verschieben. Aber das ist ja nicht das, was ich tun möchte. Das bedeutet, ich klicke mal hier mit der rechten Maustaste auf die Row. Und jetzt kann ich hier unten im Quelltext tatsächlich sehen, hier ist das vierte Element. Das nehme ich einfach mal weg. Und jetzt muss ich von Hand noch die Breite der Spalte anpassen. Es muss ja bei Bootstrap eine durch zwölf teilbare Zahl sein. Das heißt, wir haben hier eine vier. Column Large, das bezieht sich auf das Desktop Layout. Die schmaleren Layouts sind ja für die Responsive Seiten, für die kleineren Displaygrößen. Und da wir die hier in diesem Video nicht optimieren, können wir es einfach mal so lassen. Hier vier, vier. Das wieder ein bisschen kleiner. Und siehe da, wir haben jetzt drei Spalten. Bilder und Namen können wir auch direkt mal austauschen. Upload Local. Da haben wir den Markus. Nach der Auswahl müssen wir noch die Größe auswählen. Ich glaube, hier brauchen wir wahrscheinlich gar nicht die volle Größe Medium reicht. Vielleicht doch Medium Large. Müssen wir mal mit experimentieren. Dann noch schnell den Namen anpassen. Von mir aus Senior Trainer und die Social Icons sind ja auch okay. So, die restlichen Bilder habe ich auch eingesetzt. Und jetzt müssen wir nur noch hier die Headline bearbeiten. Rechte Maustaste hier drauf. Wir brauchen gar nicht das Ben Element für da drüber und das da drunter auch nicht. Und was die Größe der Headline betrifft, so kommen wir wahrscheinlich auch mit etwas Kleineren klar. Ah, ich denke 20 ist ganz okay. RFS 20. Und damit ist diese Sektion auch fertig. Ja, vielleicht bis auf eine Sache. Und zwar haben wir ja bis jetzt ja immer einen dunklen und einen hellen Hintergrund je Zeile. Und damit sich das ein bisschen voneinander abtrennt. Und hier können wir ja auch einfach mal die Section nehmen und bei den Properties die Hintergrundfarbe auf das helle Blau stellen. Und dann hebt sich das noch ein bisschen besser ab. Und jetzt fügen wir die nächste Section hinzu. Das sind die Testimonials. Dafür haben wir auch einen eigenen Bereich hier. Mal schauen wir uns mal an. Wir haben hier ein Logos Karussell, ein Single und einen Slider. Und Slider ist ja genau das, was wir brauchen. Hier ist der Slider. Und sobald wir das eingebunden haben, sehen wir auch schon die Animation, die hier im Hintergrund stattfindet. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann hört die Animation auf. Und hier auf der linken Seite kann ich diverse Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel die Image Size. Machen wir es mal ein bisschen kleiner. Scheint nichts zu ändern hier. Klick da drauf und dann 25%. Ne. Ja, es kann natürlich sein, dass sich das auf den Effekt hier bezieht. Ist aber nicht weiter schlimm. Das sieht ja sowieso jetzt nicht so aus, wie das Layout, was wir vorher hatten. Was ja so aussieht. Und da denke ich mir, nehmen wir uns einfach ein bisschen kreative Freiheit hier. Und das Testimonial, das können wir auch mal dann auf 20 setzen. Die beiden oberen Zeilen nehme ich dann auch hier raus. Die Überschrift sieht so aus. Und dann nochmal deutlich kleiner. Vielleicht sogar 16. Jetzt schauen wir nochmal in den Quelltext rein. Hier in die Row vor allem. Das mal hochziehe. Das sieht so aus wie das Bootstrap-Karussell. Hier kann ich also jetzt, wenn ich möchte, auch noch verschiedene Layouts anwenden. Also einfach mal in der Bootstrap-Dokumentation nachgucken. Karussell. How it works. Wir müssen einfach nur die Klasse geben. Und dann haben wir verschiedene Slides mit Captions. Können wir so nutzen, wie wir sie brauchen. Ich denke, das ist hier ganz gut gemacht eigentlich. Was ich ganz gerne noch zeigen wollte, ist, wenn wir dieses Bild hier mal angucken. Was wir uns nämlich noch nicht angeschaut haben, ist die Integration mit Unsplash. Hier können wir also dann direkt nach einem Bild auf Unsplash suchen. Das suchen wir einfach mal nach von hier aus. Father. Ja, dann nehmen wir mal den hier. Da haben wir ihn auch. Der wird dann hier angezeigt. Das ist jetzt einer der Teilnehmer. Der hat mit seiner Tochter zum Beispiel schon mitgemacht. Und dann klicken wir auf das nächste Bild. Und hier suchen wir nach Mother. Die war auch schon mit dabei. Leider kann man die Animation nicht anhalten. So, jetzt haben wir hier die Mutter ausgetauscht. Das klicke ich da nochmal drauf. Suchen wir nach Family. Family Skateboard. Mal sehen, ob das was bringt. Nicht wirklich. Ja, sowas ist ja auch okay. Und das ist ganz cool, um relativ schnell Bilder einzubauen, wenn man direkt hier im Interface Zugriff auf Unsplash hat. So, ich spare mir jetzt noch, den Text hier unten anzupassen. Wie der aussehen würde, das sehen wir ja hier. Ich denke, das ist schon ganz okay. Was Sektionen betrifft, haben wir jetzt alles, was wir grob brauchen, bis auf die Formulare. Aber da habe ich ja schon erklärt. Die überspringen wir in diesem Tutorial, weil soweit ich weiß, steht da was Besonderes auf der Redaktionsliste zum Thema Formulare. Abonnier also auf jeden Fall den Kanal für den Fall, dass wir mal Formular-Plugins genauestens auf den Prüfstand stellen. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht, dass das in der näheren Zukunft passiert. Ich möchte jetzt zum Fazit kommen und einfach mal darüber reden, was die Vor- und die Nachteile von Live Canvas sind. Also ich persönlich arbeite jetzt schon seit 2001 mit HTML und CSS, habe in der Zwischenzeit aber auch schon viele von den What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren verwendet. Die sind natürlich sehr viel komfortabler als Live Canvas. Aber ich fange mal mit den Vorteilen an. Mir ist sehr positiv aufgefallen, dass wenn man hier auf Add Section klickt und etwas einfügen will, dass man dann wirklich blitzschnell zwischen den verschiedenen Vorlagen hin- und herschalten kann. Und so schnell habe ich das bis jetzt noch bei keinem anderen Page-Bilder gesehen. Außerdem bietet der Grid-Builder die Möglichkeit auch, ja, ein Grid aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle. Das gilt aber nur für den, ich will mal sagen, für den Erstbestand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte so ein 10-2er hier haben, dann kann ich das auch nicht mehr ändern. Ich muss dann, um das zu ändern, ich mal hier draufklicke, ein Doppelklick da drauf, da habe ich nur die Möglichkeit, Alignments, Spacings und so weiter anzupassen und nicht wirklich, auch wenn ich auf die Columns klicke, da kann ich nicht wirklich sagen, ah, ich will doch lieber drei Spalten haben oder so, sondern da muss ich nochmal neu anfangen und einfach da drunter dann das auswählen, was ich haben möchte. Sagen wir mal, ich möchte vier haben, okay. Und dann lösche ich das da drüber und fertig. Das ist eigentlich nicht weiter tragisch, allerdings die modernen Page-Bilder bieten eigentlich die Möglichkeit, nach Belieben erstens Blöcke zu verschieben, mit Track & Drop hinten und her zu schieben, aus drei vier zu machen und das wieder rückgängig und das funktioniert mit Live Canvas alles nicht oder vielleicht sogar noch nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die Schnelligkeit ist der große Bonus, vor allem auch die Kontrolle letztendlich über den HTML-Code zu haben. Das Feeling, mit Live Canvas zu arbeiten, ist im Prinzip, als würde man mit Bootstrap auf der lokalen Festplatte oder auf dem Server mit dem Editor direkt live an der Seite bauen. Das heißt, wenn du gewohnt bist, mit Bootstrap zu arbeiten, wenn das quasi dein tägliches Brot ist, dann ist die Arbeit mit Live Canvas wirklich ein Traum. Weil, wenn du mit Bootstrap arbeitest, aber gleichzeitig auch Funktionalität von WordPress haben möchtest, dann ist Live Canvas ja konkurrenzlos, würde ich sagen. Und die Art, damit zu arbeiten, bestimmt besser, als sich da eine eigene Lösung zu basteln. Live Canvas speichert in der Datenbank im Prinzip nur HTML-Schnipsel, benutzt sozusagen die Datenbank eigentlich nur wie eine Festplatte, wo einzelne Dateien drauf liegen. Und deswegen, und das ist mir jetzt nur bei der lokalen Arbeit aufgefallen, ist das Laden der Site, auch ohne Caching-Plugin oder so, blitzschnell. Da ist quasi gar keine Optimierung mehr notwendig. Es verhält sich annähernd so schnell wie eine statische HTML-Datei. Also, wenn du Speedfreak bist, dann wirst du das auch sehr zu schätzen wissen. Dennoch ist es möglich, über die Gutenberg-Blogs einfach Sections und Elemente anzulegen und die dann auf den Seiten einzubinden. Wobei ich sagen würde, sobald du das machst, verlierst du viel von dem Vorteil, den dir Live Canvas bietet. Wenn du also auf jeder Seite, auf jeder Beitragsseite oder auch auf jeder normalen Seite auch Gutenberg- oder WordPress-eigenes HTML einbettest, dann hast du natürlich wieder mehr Bloat. Also Ballast, der ja langsamer lädt. Also du bist HTML- und CSS-Profi oder auf dem Weg dahin Bootstrap-Experte, machst das meiste mit diesen einfachen HTML- und CSS-Methoden und brauchst hin und wieder die Unterstützung von WordPress, beispielsweise bei den Formularen, dann ist Live Canvas genau das Tool für dich. Wenn du lieber alles mit Point & Click machen möchtest und da ermutige ich dich mal, das Video zu Cadence Theme und Cadence Blocks Pro anzuschauen, wie einfach das mittlerweile geworden ist, eine Website zu erstellen. Ich meine, selbst Elementor funktioniert ziemlich gut, wenn man weiß, damit richtig umzugehen. Wenn man also diese beiden Konzepte miteinander vergleicht, was nicht ganz fair ist, der Vergleich, dann würde ich sagen, Live Canvas hat noch einen weiten Weg zu gehen. Ich bin mal gespannt und werde zukünftige Versionen hier im Auge behalten. Im Moment würde ich aber sagen, solange das Tool zum Beispiel hier, wenn ich auf Edit with Live Canvas gehe, mir zum Beispiel nicht leicht ermöglicht, zum Beispiel diese Kolumn hier einfach von rechts nach links zu ziehen. Auch ja, auch wenn ich weiß, dass es für mich kein Problem ist, einfach in den Code zu gehen und das hier auszuschneiden und oben einzufügen, dann habe ich es auch umgetauscht. Aber dennoch komfortabel ist das nicht. Sprechen wir noch kurz über den Preis. Hier haben wir aktuell ein Angebot, 39 pro Jahr. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, wenn das dauerhaft so bleibt, was ich nur hoffen kann. Bei 79 im Jahr, da habe ich das Gefühl, für dieses Geld und was ich teilweise im Angebot bei anderen Lieferanten bekommen kann, ist Live Canvas noch nicht so richtig konkurrenzfähig. Mit Ausnahme natürlich von dem Fall, du bist der Bootstrap Pro und das ist einfach die Art und Weise, wie du deine Seiten baust und du brauchst halt auch WordPress dabei, ja, dann ist das natürlich ein absolut genialer Preis. Vor allem die Lifetime-Lizenz ist natürlich ein absolutes Schnäppchen. Eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es auch, also probiere es einfach ruhig mal aus. Unseren Partner-Link dazu findest du auch im Begleitartikel oder auch einfach unten in der Box unter dem Video. Übrigens, wenn du darüber Live Canvas erwirbst, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Viel Spaß mit Live Canvas und vielen Dank für deine Unterstützung. Ganz zum Schluss noch der Hinweis, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte supporte uns mit einem Like und abonniere den Kanal, die Glocke nicht vergessen, damit du sofort informiert wirst, sobald das nächste Video online geht. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Sascha out.